Ja, so I say thank you for the music, the song time is here, du bist, du wirst mein Highlight. Ich bin 532, breit gebraut, rot gebrannt, viel zu lange Sonnenbank. Hello, ich bin Esther Graf und eins muss euch merken, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch gut und ich darf hier die Herrenrunde bislauf mischen. Ich bin Ron Bielecki. Oh, Hallöchen, Berlin. Ich bin Echo Fresh a.k.a. Onkel Freezy, Integrationsbeauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen und ich trinke gerne Bubble Tea. Yes, yo. And Finch. Wir haben es eben schon angesprochen. Was ist los? Es gibt einen gemeinsamen Song, Dicht und Doof, Dicht und Finch. Dafür nochmal einen Redenapplaus für diese Kombo. Es war auch leidenschaftlich, emotional, aber ich einnahme mich nicht mehr. Habt ihr das verstanden? Oder seid ihr doof? Yes, yo. Ich habe eine Frage. Ja, gern. Aber ich einnahme mich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie die Band heißt. Was passiert eigentlich, wenn niemand irgendwas da redet? Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Es ist eine Endzuschleife. Aber irgendwann haben sie keine Songs mehr. Laserkraft 3D. Nein, Mann. Wir hatten es eigentlich schon angesprochen. Du bist ja live. Hast du noch nicht abgerissen. Und vielleicht brauchst du einfach nur ein bisschen Motivation. Finch, mein Junge. Hallo, mein lieber Finch. Ja, nicht erschrecken. Ich bin es tatsächlich. Kathi Karrenbauer, Waldhaus hinter Gittern. Ich einnahme mich nicht mehr. Hallo, sag du Arzt. Ich einnahme mich nicht mehr. Ey, Nils, du alter Ficker. Ich einnahme mich nicht mehr. Was geht ab? Dennis und Benni haben mich gebeten, dich anzulachen. Also tue ich es hiermit. Guten Abend. Müsst du mal wieder Songs erraten. Heute geht es um die goldene Ananas. Pfff, adnest ein und lachst die Luft raus. Hallo, lieber Finch. Denk immer daran, die wahren Gewinner sind oft die größten Verlierer. Sie hat es abgelesen. Ich habe es gesehen. Nee, es war alles im Kopf. Aber ich einnahme mich nicht mehr. Habt ihr es verstanden? Oder seid ihr doof? Yes, yo. Joker, zerreißt du Joker, Esther? Eichmann, du bist mein Stern. Okay, schauen wir uns das an. Nein! Wap, bap, bap von Wap, bap. Nein, passt aus. Langsam kommt Fahrt in die Sache nach 45 Minuten. Weiter geht's. Hast du damals Kragen hochgetragen in der Diskussion? Digga, ich war richtig. Hast du einen ganz dünnen Schal? Cardigan? Ja. Von so blau, so weiße Hose, Bling-Bling-Ohrringe, blondierte Haare nach hinten gegillt, 10 Euro auf Tasche. Klingt nach mir. Aiman, fuck it. Oh, David gewinnt Finch, die erste Runde. One hits wonder. I was gonna clean my room. He got high. I was gonna get out of my bones. I got high. Daumen nach oben. Wenn Dr. Stefan Frank ist, ich sag Stefan Frank. Ist nicht die Frage. Ah, Doktor ist hier. Da müssen wir sehr genau sein. Da müssen wir sehr genau sein. Er ist ja nicht umsonst Doktor. Big Bang Theory. Da fehlt aber was. Na was? The Big Bang Theory. Juuu. 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 Dennis, spielst du mit oder moderierst du? Du musst dich schon entscheiden, weil den Countdown gleichzeitig zu machen und dann geraten ist auch nicht mehr. Genau, genau. Bleib mal dahinter stehen. Ah, ich darf mich nicht bewegen? Nee, du bleibst dich da stehen. Ach so, okay. Daumen nach oben. Pass auf, stell dir vor, es fängt an wie ein Witz sozusagen. Fährt ein Opa in der Limousine vor, steigt einer ein, ein Straßenfeger, ein ITler und eine Anwältin. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich hab aber jetzt auch mehrere Punkte, ich, oder was ist los? Ja, ich muss raus. Da stimmt was meinen Punkten nicht, bitte nochmal nachzudenken. Punktetafel ist richtig. 1, 1, 3. Ich würde noch Regie machen, da würde er alles machen. Dennis, du hast drei. Ich hab's falsch gesehen, ich dachte, ich steh da. Oh, mal wieder mein Fehler. Weil er die Brille nicht anhat. Ah, stimmt. Esther, schon mal gesehen, diese Zombie-Serie, The Walking Dead? Jeden Montag kommen sie aus dem Club in Berlin. Genau. Aus dem Berghain oder so, ne? Überall. Super, hörste, Lacher für dich. Könnt ihr doch mal den Finch Lacher einblenden? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir ein, ich kenne die Gefahr. Pokémon! Pokémon! Das sieht nur ich und du. In allem, was ich auch tue. Riesenapplaus für Eko, ey! Nochmal viele Grüße an die ganzen Menschen bei Twitch und bei YouTube. Pockt ordentlich. Pockt, pock, 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 pock. Das ist schwerer Runde. Haha! Finch! Auf gut ist dir Legen! Hallo! Puddle of Mud, Do What They Told Ya. She fucking hates me. Just, she fucking hates me. Eww! Hey, 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 Yami. Puff! Okay. Sag nie wieder was gegen deine Frau. Hast du verstanden? Finch, was ist los? Halt deine Fresse. Der kommt noch, der Finch. Der kommt wieder. Alles klar, Meister. Daumen nach oben, Brümchen. Da hast du ja auch einen Song mitgemacht, lieber Finch. Wie sieht's da aus? Ihr habt ja ein Date gehabt, vor einem Jahr ungefähr. Einen Tag, nachdem wir hier die Show hatten. Ja, und wie war's? Hast du bezahlt? Oder war das so? Sie hat bezahlt. Wow. Warum? Daumen nach oben. Eww! 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 Ron, glaubst du heute wird ein guter Tag für dich? Ich erinnah mich nicht mehr. Ron, weiß ich vielleicht, wenn jemand ein Job erhalten ist will? Atze, hier, komm. Eros Ramazzotti? Ich erinnah mich nicht mehr. Casa de la Mar. Dennis, was ist da los? Ich will doch. Also für's Interesse, was passiert danach? Danach fallen wir übereinander her und haben ganz starken Analsex. Hey! Dennis, was ist da los? Und du weißt, was das heißt, hey! Tour Lena. Den hattet ihr letztens. Nein! Dennis, was ist da los? Das hört sich einfach alles gleich toll an. Nein, nein, nein. Ach so, gleich toll, ja. Daumen nach oben. Echt? Echt? Sag mal, weinst du? Nein, nein, nein. Weil der Voice-Craig, den macht ihr aus. Der gehört irgendwie. Echt? 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 Es war zu jener Zeit, wir hatten wieder Streit. Echt? Das stand so an der Tür, wolltest zurück zu mir. Echt? Ich sagte klar, mein Schatz, und schon bei diesem Satz. Echt? Hätt ich wissen müssen, ich weiß nicht, ich hätte gereicht. Gib mir rein, gib mir rein. Mach zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Echt? Echt? Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht. Ja, besser geht's nicht. Echt? Das kommt nicht. Weil eigentlich kriegen die Produzenten immer viel zu wenig Respekt. Ja, richtig. Eigentlich stehen immer nur die Künstler da. Ja. Weil der Produzent ist zumindest 50 Prozent an dem Ding beteiligt. Genau. Geil! Respekt an alle. Auf welchem Cover bist du demnächst zu sehen? Was ich gerne machen möchte, ist, wo ich gern drauf wäre, auf dem Bravo-Cover. Das ist nur für dich! Das ist für dich. Obwohl ich so abluste heute. Vielen Dank. Dein erstes Bravo-Cover. Daumen nach oben. Echt? Das ist ja eine Unverschämtheit. Das ist ja eine Unverschämtheit. Das ist quasi unfair, weil du hast es kaputt gemacht. Wie soll ich's buzzern? Hier ist was kaputt gemacht worden. Das werden wir später klären. Weil das ist eine Unverschämtheit. Echt? Dennis, was ist da los? Du bist auch ein TikTok-Phänomen. Ja. Kennst du das Video von dir, wo du in der Disco übelst, voll bist und in Rüßen sitzt? Klar kenn ich das. Ist geil. Ich war ja dabei. Echt. Und, Julia, die Sonne. Geh auf, du heude Sonn. Wer bist du, der du von der Nacht beschirmst? Dich drängst in mein Herzensrad. Mit Namen weiß ich dir nicht zu sagen, wer ich bin. Mein eigener Name. Schau dich doch an. Heilige. Ich muss doch lesen. Wirt, weil er dein Feind ist. Ich schau dich jetzt an. Ja, okay. Gehasst. Hätte ich ihn schriftlich, so zerriss ich ihn. Hä? Es war auch leidenschaftlich. Ja. Emotional. Daumen nach oben. Gale, A, B, C, D, E, F, U. Wow! 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 Von Jolina Christina. Der Song war so lange in den Chartsticker. Der war, glaube ich, 80 Wochen auf Platz 1 gefühlt. Wir sind der Typ von der Chartshow. Wir haben ein paar Fakten zusammen gesucht. Wir sind noch von der Chartshow. Da kann ich ganz kurz pissen. Pippi, musst du? Ganz kurz, wo geht ich bloß pullern? Dennis, was ist da los? Danke, aber jetzt ganz schnell. Da ist hier die Pippi-Pause. Applaus! Applaus! Ey, denkt dran, links, rechts, dann noch mal rechts, links. Dennis, Daumen nach oben. Auch zu Hause in meinen 12 Quadratmeter, 12.000 Hunde. Dir geht's auch wunderbar. Das ist dein Bruder, wie redest du mit ihm? Ha, ha. Lacher für Finch, Lacher! Ha, 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 ha. Echt? Scha! Megan von der S-Roll. Warum? Warum? Hast du doch wieder Angst? Haus für Luna. Ja! Darf ich die Midestergraf? Diese Runde! Ja! Ja! If you wanna run away with me, I know a galaxy and I thank you for it. Echt? 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 Esther darf gewinnen. Aber dein Bruder darf nicht gewinnen. Verliere gegen Esther, liebend gern. Würde ich sofort unterscheiden, hat gar kein Problem mit. Und gewünscht von? Von wem wurde gewünscht? Beatles. Aber Kraft ob den Song über dich geschrieben? Joker, Echo. Okay. Haftbefehl, lass die Affen auf den Zoo. Ja! Der dritte Joker-Anlauf, Echo. Der dritte Joker-Anlauf. Endlich hat's funktioniert. Roberto Blanco, ein bisschen Spaß muss sein. Fick dich. Guck mal, wie du nur mal deinen eigenen Titel gewinnen willst. Was ist denn der Ansporn? Lass doch mal die Leute gewinnen. Der erste kommt hierher, extra fahren. Aus Österreich, kommen die zu Fuß hierhin! Mit der Kutsche! Mit der Kutsche! Atomic Kitten, Eternal Flame. Jooo! Ja! Oh, ist hier eine Ledegie wieder? Hier, that, Delilah, Plain White Tee's. Bitte wiederholen. Das war ... Hier, that, Delilah, Plain White Tee's. Hier, there, Delilah, Plain White Tee's. Nein. Falsch. Hey there, Elayla. Liquido und Akkortik. Pasha neben Sommergewitter. Habt ihr wohl reingelabert? Ich bin nicht wieder schuld. Ihr habt nichts getan. Du laberst in die Zons rein. We built the city Starship. Jetzt bist du dran. In deinem eigenen Haus. In deinem eigenen Haus. Und alle gucken zu im Internet. Ihr habt euch über mich lustig gemacht im Internet. Jahrelang. Und das ist die Rache. Echt. Echo Flash Quotentürkisch. Ja. Bruder, mein Bruder. So. Oh, guten Brücke. Ganz egal, wie es echt nicht. Ach, 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 ach. Also, klaut die Prinzen. Oh, ja, 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 ja. Boah. Alter. Boah. Wie geht das? Boah. Felschko! 2,5,7 nachs Holland! Jaaaa! Und damit, gib mir jetzt Finch! Kennst du den Song gleich? Frieden Applaus! Jaaaa! Das! Jaaaa! Oh Mann! Wie darfst du bitte ausnehmen? Echt! Daumen nach oben!